Ach Uschi, Schmerzensmutter der Station, seit Jahren schon. Dann hat die Liebe dich genommen und Dr. Strauß ist angekommen. Zusammen schautet ihr dann gerne in die Sterne. Dann hat er dich geehelicht und ohne Folgen blieb dies nicht. Jetzt hast du Heim, Job, Mann und Sorgen und Knete musst du meistens borgen. Auch eine Niere dir entschwand, was Engdich an Simone band. Die Knackis gehen dir auf die Nerven, doch Uschi ist nicht umzuwerfen. Als ich gerät habe, habe ich irgendwann gesagt, ich würde gerne mal einen Arzt spielen. Vor längerer Zeit gab es mal eine Serie, die Schwarzwaldklinik, und da hatte man mir mal einen Arzt angeboten, aber eben halt nur so einen ganz kleinen Arzt. Und plötzlich, im vorletzten Jahr, gab es diese große Herausforderung. einen Arzt, aber nur einen zu spielen. Nicht unter vielen, sondern eben halt nur den Arzt. Und ich freue mich, dass ich jetzt dieser Arzt Dr. Strauß in den Hintergittern bin. Und es bringt mir einen ganz großen Spaß. Und ich freue mich, dass es diezer Arzt zu sehen ist, ich freue mich, dass sie auf sie billige Arzt schễ simultaneous machen. Und dann schließlich再